Angriff! Greif den Feind einfach an, bitte! Wie ihr wünscht. In den Kampf! Nicht aufgeben! Angriff! Zum Angriff! Kämpft weiter! Kämpft weiter! Es gibt kein Zurück! So, und das ist doch noch weg. Ei! Wie ihr wünscht! Doch, hier wären noch Schafe! Verstanden! Na komm, Markus! Aber wo bringe ich noch eine Schafsweide hier runter? Hier hinterm Schloss? Ne! Außerhalb ist auch doof! Daneben hier! Okay, ich hab nicht... Schon unterwegs! Jawohl! ...alle... ...erwischt? Hä? Vorsicht mit den Fackeln! Ja, nicht lange rumfackeln. Sofort! Sofort! Jawohl! Verstanden! Hier müsste doch eigentlich alles tot sein. Wie ihr wünscht! Sieht eigentlich fast danach aus. Schon unterwegs! So, dann den letzten Punkt. Kirche ausbauen. Kirche ausbauen. Kirche ausbauen. So, warten bis mein Name Meda ist. Das wird die letzte. Wir haben ein Territorium eingenommen. Auf euren Befehl! Ne, ich kann Markus nochmal befördern. Yay. Sollte ich auch gleich machen. Habt Dank für diesen Titel. Die Siedler werden es mit Freude vernehmen. Und ich könnte ihn zum Erzherzog machen. Dafür bräuchte ich nur viel, viel mehr Männer. Die Vorbereitungen in Tios sind abgeschlossen. Die Stadt ist prächtig mit Turnierbannern geschmückt. Ja. Das könnte ich übrigens auch mal machen. Den sollte er erhöhen. Jawohl! Beschützt dieses Ziel! So, und jetzt können wir erst einmal euch mal die Produktion bitte wegnehmen. Wobei müssen wir nicht mal. Ich werde ruhig weiter produzieren. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir sacken einfach die benötigten Lederklamotten ein. Er holt zuerst vom hinteren Gerber. Okay. Ei! Ei! Verstanden! So, und die hier sind eigentlich relativ wenige. hier. So. alles klar sofort zum angriff es gibt kein zurück schon unterwegs wie ihr wünscht schon unterwegs auf euren befehl wir haben ein territorium eingenommen was ich schade finde ist dass man nicht zwei truppen zusammen ziehen kann als letztes benötigen wir waffen für die ritter bitte liefert sie mir schnellstens an das heißt ihr dürft jetzt keine schwerter mehr raus geben naja schafe haben wir jetzt genügend auch wenn sie etwas verteilt sind muss ich sagen auch milch produktion sollte ein bisschen besser laufen ja es läuft alles ganz gut eigentlich wenn ich es besser ansehen und ja man sieht die der thiost oder das turnier der turnierplatz nimmt langsam form an und da ist der kastellan so schwerter sind das letzte was wir brauchen das sollte allerdings auch relativ schnell gehen weil unser eisen ist ja mehr als genug ja wenn ich die reichen gebäude haben hätte haben möchten da müsste ich jetzt noch einiges tun da fehlen wir nämlich noch fünf stück dekorationen müsste ich noch jede menge erstellen so wie es aussieht bräuchten wir noch mehr met so wie es aussieht bräuchten wir noch mehr met von denen hier zwei wären acht noch mal vier wären zwölf noch mal vier wären 16 sagen wir hier auch vier sagen wir fünf wären 21 und hier jeweils zwei wären wir nur bei 29 naja plus die hier frage ich mich nur gerade hier haben wir 28 und hier haben wir 26 ah die beiden ja ok die kasernen möchten auch schön geschmückt sein naja wir könnten einen tischler bauen wir könnten einen schmied bauen der uns ähm dachdekoration macht und kerzenmacher jawohl und ja die beschwert ohne rohstoffe können wir nichts produzieren die beschwert sich dass ihnen die unterhaltung fehlt gut ach ja dich noch einmal ausbauen da haben wir schon neun schwerter das heißt es fehlen hier noch neun schwerter und wir haben keine schwerter hier dann können wir den schwertkämpfer nicht äh helfen also gehen wir einmal kurz da wir eh warten müssen bis er hier genug schwerter hat mal kurz frei ok ja der waffenmeister und der bogenmeister warten darauf dass er schwerter bringt wenn er fertig ist mit seiner frau zu schnacken wenn er fertig ist mit seiner frau zu schnacken das ist vielleicht der grund warum man die dinge ausbauen sollte hallo komm bewegt dich ja komm geben wir beiden mal einen ausbau ich hoffe du gehst jetzt auch wenigstens in den richtigen ja so jetzt haben die wenigstens wieder vier leute und wir brauchen noch zwei schwerter wölfe töte sie stöndlos ja ich tote ungern wölfe eigentlich aber in diesem spiel sind sie nun mal nervensägen nervensägen jawoll sofa so und du bist ausgebaut gut 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 ja gut gut verstanden wir können mal ein bisschen Wolle kaufen gut 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 und